Zaubert Du bist voll recht gesprengt Ach du bist ein Asiel Weck mich EDF Oh E und D haben uns nicht erkannt Das gelungene schöne Sau Nein, es sind aber noch Käschen bei dir Genau wenn du gekillt wirst Na genau Der ging zu Tetris Pluck gerund Ja Ich bin jetzt auf den Test Ey Okay Ich wollte schon kurz sagen, was sind das für Kreise auf meinem Bildschirm? Leckt das irgendwie aus dem Täler oder so? Erik! Ah ja, schuldigung! Ihr seid Helden. Ich weiß. Ich weiß auch, dass es nicht... Ja. Verlassen wir es dabei. Ich meine, ich würde sein episches Schwert haben und seinen epischen Stab. Von mir kann es nicht sein. Wenn ich das mache, dann... ...kriegst du den übelsten Krit hier. ...kriegst du? Jörg... ...jörg... 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 ...hab ich schon. Jetzt denkst du, dass es etwas besser ist. Oh ja. Klar. Jetzt ist es nicht auch... ...weil ein Scheiß. Der starb wieder als Erste. ...jörg... ...ich auch. ... 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